äh wow wow über follower ich hatte gerade ein bisschen angst hallo und herzlich willkommen zurück zu einer folge von let's play wincraft wir sind wieder zurück hier bei uns auf der kleinen zauberinsel und ich habe schon ein paar sagen verkauft gehabt und wieder inzwischen bei meinen sage und schreibe saftigen 9500 emeralds ich könnte glatt mal die tagesquest abholen die tagesbelohnung was haben wir da okay ist nett dann haben wir den kurz anstrengen was aufgefallen gerade ich war gerade mal los und habe noch ein bisschen sachen verkauft und so weiter und die dame hier ist weiß ich nicht ziemlich alleine da gibt es so ein so ein meme man kennt es vielleicht mit einer jungen frau auf dem sofa und im hintergrund ein paar männer und das fühlt sich gerade so ein bisschen in die richtung an aber ich bin ich meine solange die mir meine meine handelsaufträge erfüllt und mir entgegen nimmt während ich hier bin ist mir egal was die hier machen wenn ich nicht da bin das gibt mich ja auch überhaupt gar nichts an so lange die hinterher wieder aufräumen und aufwischen ist das alles völlig in ordnung so dass kurz mal hier dann den solch weg packen so und du gehst in meine lagerecke erstmal und wir uns dann später wieder identifiziert nicht wirklich jetzt wir haben genug zeug identifikations gedulds gemacht wir müssen wieder ein bisschen bei quests machen oder denke ich auch mal dann los was haben wir dann für questen offen aktuell wir hätten die creeper infiltration combat level 25 ja da sind wir vielleicht ein bisschen drüber ne schon 40 nie ja das ging ja doch ein bisschen schneller anyway lasst uns mal loslegen und mal zum links gehen zum questgebiet das wäre 1300 meter in die richtung wo man irgendwie schnell reise betreiben muss ich denn hin da wird von ragniaus immer schneller oder ja und ragniaus definitiv fragt mir dann los hallo hallo quick hast oh mein server ist gecrashed ich schwöre ich war's nicht ich habe nichts gemacht ich schwöre 32 von 40 jetzt ein bisschen ruhiger da hat es offenbar gerade ein paar Leute gekickt anyway zurück zu meiner quest und los dann wollte ich reisen nach detlas genau haben wir da rein in die mpc fehlt noch jetzt ist er da sehr schön und dann da drüben ok hier level 1 die muss glaube ich da rein in die höhle war die pikmin ravine ok ach ja genau der fall das war nicht die irgendwelche lohr geschichte aktiviert ok ja es zu behaupten dass ihr habt gerade ich dich die karten hier weil ich habe schon doch extra dicke rewards äh dicke dicke items an da äh naja da ist das nicht so viel mit mit mich mich kaputt machen oder sowas ja so gar nicht nicht bloß die explosion von meinem spear die ist halt jetzt auch nochmal ein bisschen ganz nice allerdings bin ich hier wohl falsch das ist nicht die krippe investition das ist eine pikmin infestation ähnlich aber anders na gut dann gehe ich wieder tschüss was schön mit euch denke ich ok äh da oben irgendwo komme ich denn da hoch jetzt am besten ey nicht schubsen nehmen wir doch bei dem pfad hier das sieht doch aus als müsste man da hoch ja 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 und sorry wegen meiner stimme ich bin doch ein bisschen verschnupft noch ein kleines bisschen ähm es geht mir inzwischen aber schon wieder deutlich besser und ich kann dann hoffentlich bald also die aufnahme nehme ich jetzt auch gerade heute am sonntag auf das heißt so klinge ich heute und so wurde ich hätte ich im stream geklungen und nach einer gewissen zeit ist das echt nicht geil was kann man hier was willst du denn haben bitte ähm gather granites ok wir gehen willst du haben auch mein tool hat 0 der ability macht aber doch nichts ich bekomme trotzdem zeug nicht bekomme ich nicht shit äh ja da wird ich bekomme kein loot ok mache ich später ich bin wegen der anderen quest hier tut mir leid gut zu wissen es hier oben dass es hier oben granit gibt äh da drüben hä ok nee doch da da war schon richtig ok so und das ist wohl die ecke wo es die in which top of the ravine ja ach hey die kennen wir doch schon die jungs boin na wie ihr sind schön dass ihr da seid hat mich gefreut ja ich müsste bald mal halt eben die sachen sammeln für die neue picke aber soweit war ich halt ich hatte noch keine zeit gehabt und war eben auch krank so moin ok hi äh ja nein äh nein ok ich hab dem über die haut abgezogen wie es aussieht naja ok also die ist halt mitgekommen ok ich hab dem mal die haut hier äh tut 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 ja gehts dir gut du bist aus dem himmel gefallen alles ok das muss so äh tut 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 äh äh ja da waren keine explosives das waren creeper äh gibt es gar nicht ähm ja hier ist die haut guck mal what wo ist meine haut hin holz holz hm äh 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 da stand doch im chat das ein stück haut mit gekommen ist buch entschuldigung äh muss er denn wenn du da oben rum rum liegen oder was oder wie oder wie oder warte jetzt so hä äh jetzt kommen wir da wieder hoch ey ok ja das war ja nix warte mal bin ich hier aber hoch schwimmen vielleicht geht das ajo ok lass mal gucken wir jetzt hier die ach so da ist er ne attack to pick up ja es ist ein bisschen blöd dass dieses creepers generell aussieht wie Laub im baum ok äh und er hat er hat die haut schon mal gesehen irgendwo ok eine größere ok das ist eine größere äh höhle im süden und in der er wäre dazu gekommen aber er wurde von grünen kreaturen überrascht es gibt gar keine creeper achso die ja die ja diese drüben ok äh äh ich soll mir jetzt ne creeper maske aufziehen ok wir töten jetzt nen pigman und dem die haut abzuziehen um damit ne maske zu machen die ich mir dann aufsetze um in die Höhle der creeper zu gehen joo das ist gar nicht psycho das ist so gar nicht nicht ne jeder sollte ne pigman maske aus ne creeper maske aus pigman haut haben yikes na gut dann gehen wir jetzt eben den pigman overload töten hallo pigmans tschüss pigmans hallo 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 oh das ist für meine objective eine quest eine eine truhe dankeschön da unten drinnen hallo hier irgendwer ne gibt's nur granit noch nicht weiter oder mhm nö das ist doch vielversprechend hier bin ich geslowt hallo 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 da haben wir ilo probleme brücke Nochmal eine Lotkiste, dankeschön, zack, sag mal zwei von acht. Da oben sind ein paar Schienen, die so quer in der Luft hängen, okay. Komm ich aber, glaube ich, so nicht wirklich hin. Hier brennt irgendwie die Hütte oder so, naja egal. Eingang, ne, Rausgang. So, zurück zu Thomas. Das ist nur ein Stufe 2000, ne, braucht keine Sau, weg damit. Und was ist das hier? Nur ein Berg, okay. Nochmal eine Höhle voller Granit. Und ne Truhe, dankeschön. Okay, und damit ist der Durchgang, ja, hier ist der Durchgang zum Dorf und da sind wir dann wieder safe. Thomas, ich hab die Schweinehaut, Schweinemannhaut. Okay. Okay, wir gehen mal zum Händler und lassen uns die Maske machen. Okay, falls wir den Masken verlieren, können wir es nochmal neu machen. Wir müssen ihm nur neue Sachen bringen. Ich vermute mal, der Maskenmacher ist hier. Ja, Maskenmacher. So, wir sollten eine Creeper-Maske machen. Äh, Taunts, Exploding, Creeper-Skin und Pikmin-Height. Ja, haben wir schon. Was gibt's dann auch? Eine Rock-Mask. Äh, ach, da hab ich das Rock-Pile schon, okay. Dann kann ich mich als Rockman verkleiden, okay. Eine Metall-Maske. Eine Wassermaske, oh Jesus. Okay, anyway. Okay. Ich habe die Maske. Und jetzt sollen wir den Creeper-Cave aufsuchen. Okay. Irgendwo da drüben. Gibt's einen Fast-Travel-Punkt. Den sollte ich mir auch mal aufsuchen, dann bei Gelegenheit. Halt, Speer, komm hier. So, die haben da Spaß. Und ich muss... Nee, das ist weg da. Ich muss jetzt weiter in die... Nee. Über den Fluss da gleich. Und jetzt... Da. Hier war ich schon mal. So. Das ist gar kein Fluss. Ich hab keine Ahnung. Ist das oben irgendwie was? Ich hab keine Ahnung, was es darstellen soll. So. Und hier ist es die Creeper-Höhle. Ach, natürlich mein Parcours. So. Und ich muss jetzt die Maske tragen, um da durchzukommen. Alles gleich. Verstehe. Bevor wir das tun, nochmal ganz kurz hier an die Kiste ran. Schwups. Und... Maske aufsetzen. Okay. Und wieder mein Liebling. Parcours. Follower. Äh. Wow. Wow. Über Follower. Oh. Ich hatte gerade ein bisschen Angst. Level 25. Ja, dann folgen sie mir immer unauffällig. Achso. Nee, doch. Ihr längst. Okay. Jetzt runter in die Höhle. Noch mal ist der Creeper-Meister. Und er ist explodiert. Alles klar. Alle freundlich. Alle freundlich. Hier die TNT rum. Ohne Ende. Okay, cool. Nehmen wir es mit. Creeper-Powder. Und die haben auch ne... Garol. Grüß dich. Wer bist du denn du? Das ist ungewöhnlich. Ja. Die haben ihn... Du bist schon ein bisschen wahnsinnig, dass du hier rumhängst. Ohne Maske. Okay. Ja. Alle behaupten, die gäbe es gar nicht. Aber er kennt die Wahrheit. Okay. Hm. Und hinter seinem Haus ist ein Durchgang. Alles klar. Okay, cool. Eine mythical Aura von The Cage. Hier ist noch ein bisschen TNT. Das vermute ich Beweis dafür, für die Existenz der Kollegen. Auch kann ich hier nicht, oder? Kann ich. Okay. Droppen die irgendwas? Sieht so aus. Auch ein bisschen was von dem... Creeper-Powder. Okay. Okay, kann ich die Maske jetzt abziehen und... Ach, dann geht's direkt raus. Okay. Scheiße. Ungünstig. Warte. Ich mach's nicht mal. Bis gleich. Suri. Bin wieder in der Höhle. Hab wieder eingepackt. Mach wieder Creeper kaputt. Und... Und müssen noch ein bisschen Creeper-Staub. Ich werde nicht immer so viel wirklich brauchen, aber... Jetzt haben wir's erstmal. Und damit... Abfahrt. Uh. Oh. Gut, okay. Gut, okay. Das war jetzt vielleicht... Naja. Ähm. Wow. Willi... Willi now? Ich hätte einfach... Oh, wow. Ja, das teleportiert mich jetzt zu Thomas zurück. So wies. Also manchmal, ne? So, was ist dieses blaue Zeug hier? Ne, warte mal. Lass mal zum Fast Travel gehen. Da ist irgendwas. Huch. Wieder geht alle hier. War das echt der Fast Travel unter der Erde? Ne, das kann doch nicht sein, ne? Ne, ne. Da ist irgendwas. Äh. Das ist die Passage nach Trommens. Okay. Hier gäbe es Kupfer zu Minern. Hier gibt es ja viel... Oh, wow. Little Woods. Okay, also wenn man Minern gehen will, ist das ja echt eine coole Ecke. Ein paar Pickman hier auf den Sack gehen könnten, aber... Obwohl, das ist ganz schön viel Lauferei für ein bisschen Erz, ne? Also da hast du... Da gab es Ecken, da sind die Dinger dichter beieinander. Wo du weniger laufen musst. Aber dafür hast du deutlich mehr... Ich glaube, ich kann es so schön Runden drehen. Ähm. Ohne dass du halt ständig... Kein nichts mehr hast. Aber ist das der... Ja, das ist der Fast Travel nach Tromm. Okay. Na gut. Äh. 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 Lass mich hier rein, lass mich hier rein. Okay. Hoffenbar nicht. Na gut, na gut, na gut. Ich geh... Ich geh ja schon. Dann Aufzug nach Thomas. Äh. Zu Thomas. Äh. Der ist nämlich überm Berg, ne? Ja, da drüben irgendwo. Nicht hier gerade. Barley. Äpfelbäume. Ja. Das ist... Ah, hier ist... Hier, genau. Hier war die Déjà-vu-Quest. Ich erinnere mich. Das Tor der Zeit. Was schießt denn hier gerade so? Ach, die beiden kleinen Haarsis. Okay, ist klar. Dankeschön. Äh. Dann mal los. Hier wäre nochmal eine Höhle. Ne, ein Lager oder was ist das? Keine Ahnung. Ich brüchte nur ein paar mehr Kisten, wenn es recht ist, für die Daily. Hier ist der Tool-Händler. Hallo. Eine ganz... Eine ganz wilde Sau. Äh. Farming Level 18. Okay. Okay. Haben wir noch nicht genug. Gut ist denn. Gut ist denn. Äh. By the way, ich kann jetzt wieder meinen Helm aufsetzen. Danke. Und die Armstehende. Vielen Dank. Ich fühle mich gleich viel besser. Gut ist denn. Und hier durch. Durch den... Äh. Glaubst du bald nicht? Nö. Das ist glaube ich eine Sackgasse hier. Scheiße. Äh. Ich will doch nur wieder zurück zu Thomas. Thomas. Was? Bis hier raus. Na gut. Dann gehen wir halt wieder. Und Kisten... Zu den Grottisten wollte ich nicht... Oh, warte mal Kiste. Das will ich. Vielen Dank. Das ist schon so wieder voll. Äh. Und du bist was? Ein temporaler Rift. Level 10. Ein temporaler Horror. Hat er nicht so erscheint? Gut. Der hat irgendwas fallen gelassen. Mh. Dunkle Aura. Miscellaneous. Okay. Und hier ist die Kiste. Okay. Der hat mal graue Items. So. Was hat immer der temporale Rift hier zu tun hat? Ah. Was soll's? Äh. Quest. Komplett an Seite vom Berg. Äh. Leute. Ist da kein Durchgang oder irgendwas? Nö. Da muss doch eine Möglichkeit geben, durch den Berg zu kommen oder so, Mensch. Ah. Jetzt ein Schatz nach oben. Das wär halt geil, ne? Ah. Warte mal. Da. Guck mal. Da ist was. Da ist was. Da ist was. Da ist was. Ah. Äh. Alter Junge. Er hat dann das hier gebaut. es ist immer kam komplett über den berg hallo nicht ernst nicht ernst nein geil man kommt nicht drüber der berg ist unüberklimmbar dass du musst wirklich und dort oder von dort rein ich gehe mal kurz zu thomas bis gleich das kinder schnell als erwartet jetzt noch bei thomas und können jetzt die besser geben hier thomas ich habe ein bisschen was an pude für dich waren da wirklich creeper ja und das ganze kommt aus der hülle genau genau zack okay thomas ist sehr sehr die stören keinen schönen uns nicht lassen wir die in ruhe und passt schon außerdem sind sie aus gran powder gemacht das ist korrekt ja ok wir kriegen auch mal futter jetzt hier oder sowas keine ahnung wir haben ihnen geholfen den die die nahrung genau wir haben geholfen die nahrungsversorgung hinzukriegen dazu wurden darum wurden wir gebeten jetzt macht man mal ganz kurz ein paar sachen kaputt wo sie schon mal da sind aber ich will ein bisschen platz in den taschen dankeschön okay und damit haben wir dieses dorf von der hungersont befreit weil wir die creeper aus dem lager vertrieben haben die pick männer wurden zurückgeschickt und alles ist jetzt wieder toll das ist ein problem ja also das dorf ist zwar gut geschützt aber du bist halt auch gleichzeitig eingekesselt und die die pick männer sind halt schon ordentlich kaputt die sind halt die lassen halt nicht nach diesen sehr aggressiv und sehr ausdauern ausdauern und andauernd aggressiv ganz meinen nach meinem geschmack okay die letzte lutsches finde ich auch noch und mache so auf screen das ist dann wichtig wir haben das doch befreit der hat das spaß erwartet und alles wieder schickt und nächste folge geht es dann hier mit der nächsten fest weiter und damit den mit den nächsten fest war sie gar nicht muss ich mal gucken wird der versteckten ambos im schrank naja wie üblich das video gefallen hat gerne mit subscriben ohne interessiert bis mehr von mir in der nächsten folge wieder bis dahin